Hey Leute, wir sind heute an unserem kleinen Forellenbach unterwegs. Hier ist es eher noch so ein Fluss, aber wenn man weiter hoch geht, wird der immer kleiner. Das ist dann eher ein Bach und wir haben es heute auf Bachforellen abgesehen oder auch auf ein paar Seiblinge. Mal sehen, was so kommt und wir werden mit Gummifisch und Woppler angeln. Schauen wir mal, was geht. So, wir haben jetzt eine kleine Bachfugerei gefahren auf Gummifisch. Die hatten sich voll reingesaugt. Eine ganz kleine, die geht natürlich schnell wieder zurück. Wir haben jetzt eine supergeile Regenbogenforelle gefangen auf Gummifisch in einem tieferen Gummweilerbrücke. Und das ist nochmal ein richtig schöner Fisch. Makellose Regenbogenforelle. Keine Anzeichen jetzt wirklich von einer Zuchtforelle aus irgendeinem Teich, dass sie abgehauen ist, aber wird vielleicht so sein. Aber trotzdem, die sieht wunderschön aus. Und die lassen wir wieder rein. Oh, das war knapp. Schon wieder. So, wir angeln hier mit einem kleinen Gummifisch. Das ist von Rheins ein. Ein kleiner Gummifisch. Der ist so, ja, drei, vier Zentimeter lang. Zwei Gramm Bleikopf. Zwanziger Molophile, weil man doch viele Hindernisse hier in den kleinen Bächen hat und die Fische manchmal sehr schnell rausleiern muss. Ja, eine kleine Baitcaster wieder. Und jetzt probieren wir mal hier unten unter der Brücke eine Forelle rauszuzaubern. Ich weiß nicht, ob es klappt. Gerade hinten hatten wir schon zwei schöne, eine Bachforelle und eine Regenbogenforelle. Schauen wir mal. Ja, da hat sie voll gebissen. So, wir fischen an den kleinen Bächen hier überwiegend entweder mit den Gummifischen oder mit den Wapplern hier. Und ja, für den Gummifischen, da fische ich verschiedene Größen so, ja, bis maximal sechs, sieben Zentimeter. Und die kleinere Gummifische sind dann meistens so, naja, so drei, vier Zentimeter. Mit einem zwei bis drei Gramm Kopf. Und das passt dann meistens. Und bei den Wapplern ist es etwa auch so die Größe. So bis höchstens sechs, sieben Zentimeter. Und ja, dann halt im Schnitt sind die alle so, ich würde sagen, fünf Zentimeter groß. Das passt eigentlich immer und da fängt man gut seine Fische damit. Und was noch zu sagen ist, dass ich meistens überwiegend natürliche Muster verwende. Ja, weil ich damit am besten fange und mir es am meisten damit Spaß macht zum Fischen. Hier seht ihr jetzt nochmal die Gummifische. Das sind recht natürliche Farben. Hier sind paar kleine Krebsimitale dabei. Kleine Fischimitale, hier etwas größere. Alles halt natürliche Farben, weil das Wasser doch an den Forellenwäschern sehr klar ist. Und ja, das passt meistens. Ich fische dann so ein bis drei Gramm Köpfe. Ja, und da beißen die Forellen ganz gut drauf. Das sind meine Wobbler, mit denen ich hauptsächlich in den kleinen Bächen ja Fische. Ja, ein paar Tiefläufer dabei, um die Fische zu erreichen, wenn sie recht tief stehen. Aber doch überwiegend recht flachlaufende, weil die Bäche meistens so 20 bis 50 Zentimeter tief sind. Wenn das Wasser etwas trüber ist, ein paar auffälligere Farben und ja, das passt in den meisten Fällen. Was zu den Stellen zu sagen ist, dass wir uns überwiegend tiefe Gumm besuchen oder wie man jetzt hier drüben gerade schön sehen kann, tiefe Rimm, wo sich die Kurellen gut verstecken können und Schutz finden. Ja, oder hinter Stein, so wirbelndes Wasser, da stehen meistens die Forellen. Und ich habe jetzt hier einen kleinen sinkenden Wobbler drauf, mit einem Einzelhaken, das ist mit den Forellen ganz wichtig, mit einem eingedrückten Niederhaken auch sogar dran. Und das sollte passen. Schauen wir mal, ob man eine Forelle überlisten könnte. Ja. Ja. Da ist eine kleine Bachtforelle. Super. Und da hübsche kleine Bachtforelle. Und mit dem Einzelhaken ist es gar kein Problem, die zu lösen. Wir haben jetzt hier die kleine Bachtforelle und die geht sofort wieder in ihr Element zurück. und die nächste. Ah, reine kampfstarke Forellen, ne. So. Immer schön die Hände nass machen, dass man sie steilhaut, wenn die Fische nicht verletzt. Das ist wichtig. Mach schon ab. Sehr gut. Und jetzt. Und jetzt. Jetzt haben wir eine schöne Bachtforelle gepragt auf Dummifisch in einer tiefen Rinne. Und die hat sich voll drauf gestürzt. Ah. Wunderschöner Fisch. Wunderschöne, hohle Punkte. Wenn das mal eine geile Bachtforelle ist. Wir sind wieder am Ausgangsort angelangt, wo wir heute früh begonnen haben zu machen. Ja, es war ein wunderschöner Tag. Wir hatten super Wetter. Die Forellen waren auch sehr bissig. Wir haben viele, viele Bachforellen gefangen. Auch schöne Exemplare. Aber auch viele kleine. Was dazu gehört. Ja. Die schöne Regenbogenforelle. Besonders hier. Auch sehr geil. Und. Ja. Wir beenden jetzt hier unsere kleine Angeltour. Und beim nächsten Mal sehen wir uns, denke ich mal, vielleicht mit der Fliegenrute. Und da werden wir es mal mit Trockenfliegen und Nymphe hier auf die Bachforellen und Regenbogenforellen probieren. Macht's gut. Ja. Ja.